Wird die Hunderasse Dackel jetzt tatsächlich von den Grünen verboten oder ist das Ganze im Internet zu sehr aufgebauscht und es geht hier doch um das Tierwohl? Diese Situation gucken wir uns genau an. Moin zusammen, ich bin Olli, wenn du noch bist, jetzt gerne ein Abo für kritischen Content da lassen. Und wir wissen ja um die Situation, den Grünen ist ja alles heilig und besonders natürlich die Tiere und die Umwelt. Ja, ich muss mir ein kleines Lachen verkneifen, aber vielleicht ist es hier sogar wirklich sinnvoll und ich bin kein Tierexperte, das sage ich direkt als Disclaimer vorweg, aber aktiv zu werden. Und da bin ich mal sehr gespannt auf eure Meinung, denn ich bin als Kind aufgewachsen. Ja, meine Eltern hatten damals auch einen Hund, da war ich aber sehr, sehr klein und habe da gar nicht so viele Erinnerungen dran, aber das war ein schöner Setter. Und zwar ein solcher könnte auch exakt dieser hier gewesen sein, den meine Eltern damals hatten. Wirklich ein schönes Tier, ganz, ganz toll und ein Tier, ein Haustier, ein Hund besonders, gehört zur Familie und das gehört nicht verboten, nicht weggenommen oder auch sonst irgendetwas. Und wir sehen bei News die Dackeldebatte. Hundeverband wehrt sich gegen Özdemirs Dackel oder Anti-Dackel-Plan, wie es hier heißt. Ja, und was geht es hier? Naja, Cem Özdemir als Landwirtschaftsminister kennt sich offensichtlich auch noch mit Tieren sehr gut aus. Er ist ja gelernter Erzieher und dementsprechend hat er ein großes Allgemeinwissen. Also, ein neuer Gesetzentwurf von Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir von den Grünen sorgt für Diskussionen. Gibt es bald keine Dackel mehr, wie wir sie kennen? Soll die Dackelzucht ganz verboten werden? Die Sorge um den deutschen Dackel hat sogar England erreicht. Die Tageszeitung Daily Mail schreibt, Deutschland will den Sausage-Doc, Wursthund, wegen der Form halt, abschaffen, wie es hier heißt. So, und das geht auf die Situation zurück. Das Bundesministerium für Agrar- und Landwirtschaft plant ein neues Tierschutzgesetz. Vorrangig will man in diesem Gesetz gegen Skelettanomalien, also Qualzuchten, vorgehen und die künftig unterbinden. Richtig ist, Dackel sind anfällig für Erkrankungen der Wirbelsäule, insbesondere für eine degenerative Erkrankung der Bandscheibe. IVDD heißt das Ganze medizinisch richtig. Und klar, man muss natürlich da jetzt wirklich den Dackel und das Tier in Schutz nehmen und sagen, ja, da muss auf jeden Fall aufgepasst werden, was da und wie gezüchtet wird. Und wie gesagt, ich bin kein Tierexperte, keine Frage, aber habe mir über verschiedene Artikel und Forenbeiträge und so weiter hier eine Meinung zugebildet, so dass ich dieses Video machen kann. Und auch, ich möchte zur Diskussion anregen, was ihr denn davon haltet, weil ich sehr eure Meinung ja schätze. Und dementsprechend, wenn natürlich die Tiere so gezüchtet werden, dass die Augen hier fast rausfallen, also wirklich ganz, ganz grausam, oder dass die Beine so kurz sind, dass sie immer und permanent Rückenschmerzen und ähnliches hier auch Probleme mit den Bandscheiben bekommen können, dann ist das ja kein lebenswertes Leben. Das muss man ja wirklich ganz klar dazu sagen. Die Frage ist natürlich, wie und wer soll das dann kontrollieren? Soll das eine grüne Behörde sein, wie jetzt zum Beispiel das aktuelle grüne Landwirtschaftsministerium? Da frage ich jetzt, ob die auch die Kompetenz dann dafür haben und wie das dann umgesetzt werden soll, wie man den Leuten das verbieten möchte, eine Rasse so und so zu züchten und so weiter. Schon sehr, sehr dubios, was jetzt hier wieder im Raum steht. Und jetzt kommt aber hier der Verband für das deutsche Hundewesen, der befürchtet nämlich ein absolutes Ende der Dackelzucht. Ein Grund, der Begriff Skelettanomalien sei nicht präzise definiert. Mit der Folge, dass gleich mehrere gesunde Hunderassen zur Zucht verboten werden könnten. Und da sehen wir mal wieder die grundlegende Problematik. Es wird ein Gesetzentwurf gemacht mit einer Bezeichnung dieser Begrifflichkeit Skelettanomalien. Und der Begriff hat keine klare Definition, sodass du weißt, okay, funktioniert, funktioniert nicht auf der anderen Seite und so und so ist das. Das ist wieder typisch. Das ist wieder dilettantisch. Aber wir sehen das ja in zahlreichen Ministerien und generell bei der Ampel, wie da vorgegangen wird. Wir haben es bei Habeck und seinem Heizungsgesetz gesehen, wie da vorgegangen wurde. Wir haben es bei zahlreichen anderen Gesetzen gesehen und sehen es nahezu tagtäglich Demokratie, Fördergesetz und so weiter. Wirklich unfassbar. Und dann heißt hier der Dackel, Canis lupus familiaris ist darauf ausgerichtet, über- und unterirdisch Dachse und Füchse zu jagen. News sprach mit Jörg Baratscher, Geschäftsführersverband der deutschen Hundewesen. Und er sagt nämlich dazu, Zitat, Ich wünsche mir von Herrn Özdemir, dass man uns zuhört, dass man Fachleute, die kernkompetent in der Hundezucht und in der Hundegesundheit, dass man die mal zu Rate zieht und nicht irgendwelche Ideologen. Und da sehen wir wieder mal, egal in welchem Bereich man guckt, wo die Grünen aktiv sind, überall gibt es diese Vorwürfe, dass die Grünen glauben, alles besser zu wissen und alles zu können. Und das tun sie eben nachweislich faktisch nicht. Das ist doch die Realität. Wir wissen auch, dass die Grünen wirklich komplett bis auf unseren eigenen Teller, auf unser eigenes Essen reinregieren wollen. Wie viel Fleisch wir essen, wann wir essen, wie viel wir duschen, wie heiß wir duschen, dass wir lieber kalt duschen sollen, wie wir heizen, dass wir am besten gar nicht heizen, dass wir zwei Pullover anziehen. Wisst ihr, diese Liste ist ellenlang, was uns hier alles vorgesetzt wird. Und wer jetzt sagt, ach, komm, Ali, es gibt so viele Leute, die haben ein Haustier und die haben einen Hund, da trauen die sich nicht an. Ich erinnere gerne mal hier an die Nachricht aus dem Januar 23. Grüne wollen bestimmte Haustiere verbieten. Pläne von Schemetz Demi hieß es hier damals in der JF und ich hatte seinerzeit auch ein Video darüber gemacht. Zitat, warum braucht jemand etwa anspruchsvoll zu haltende exotische Tiere wie Schlangen oder ein Chamäleon zu Hause? Das habe ich nie verstanden. Ja, und weil der Herr Cem Özdemir das nicht verstanden hat, soll das jetzt verboten werden? Habe ich das richtig verstanden, Herr Özdemir? Ja, da kann man wirklich nur hoffen, dass sie das eine oder andere doch noch verstehen. Denn für viele Leute ist das mehr als nur Hobby, sondern auch Familienmitglieder. Und das mag jetzt für den einen oder anderen ein bisschen abstrakt klingen. Ja, bei einem Hund ist das ja so, aber in einer Schlange doch nicht. Sorry, Leute, aber das haben wir nicht zu beurteilen. Das haben die zu beurteilen, die sagen, ja, das Tier, das ist toll, das ist schön, dass ich das habe. Und da gehört nicht irgendeine Politik reingeredet oder sonst was. Und dann sehen wir hier, um sicherzustellen, was noch erlaubt ist, will er zudem mehr eine Positivliste erarbeiten. Nur noch Tierarten, die dort genannt werden, sollen gehalten werden dürfen. So umgeht der Minister die Möglichkeit, eine Art beim Verbot zu vergessen. Zitat, manche Menschen legen sich Tiere zu, die aus meiner Sicht in privaten Haushalten nichts zu suchen haben. Ja, da sehen wir mal wieder die komplette grüne Bevormundung, die hier klar zur Geltung kommt. Das Ganze wird aber jetzt schon ein bisschen zurückgerudert vom Minister. Dackel als Rasse wird nicht verboten, heißt es nämlich hier. Das müssen wir hier definitiv mit reinnehmen. Es geht nicht um das pauschale Verbot von bestimmten Rassen. Mit Falschbehauptungen erweist man den Tieren und dem Tierschutz einen Bärendienst, wie es heißt. Und das Ganze geht dann hier nämlich weiter. Mit diesem Machtwort versucht der Minister offensichtlich die Dackeldiskussion zu beruhigen. Hundezichter sind trotzdem Bodenrück. Der deutsche Tackle-Club heißt es in 1888 e.V. sieht in einigen Inhalten des Entwurfs, Zitat, ganz konkret drohende Gefahren für den Fortbestand der Rasse Hundezucht und damit vieler Hunderassen, zu denen auch der Tackle zählt. Das schreibt der DTK in einer Petition. Nur am Baerbocken hier. Meine Güte. Also von daher, da scheint ja schon etwas dran zu sein, dass die Kritik ist ja berechtigt, weil es nicht nur von einem Verein, sondern offensichtlich von mehreren Vereinen hier kommt. Und dementsprechend bin ich jetzt mal sehr, sehr gespannt auf eure Meinung unten in den Kommentaren. Schreibt sie gerne mal rein. Ich bin gespannt darauf. Danke fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, wenn ihr neu seid. Bis zum nächsten und ciao. Bis zum nächsten Mal.